dann gucken wir mal ja da sieht man dann schon den vulkan gehen wir genau gerade drauf zu hallo und herzlich willkommen zu 205 206 was ich jetzt nicht 205 denke ich mal folge minecraft viel zu bist du auf dem multiplayer server ja mir fiel gerade ein zwischen diesen folgen zwischen der letzten dass ja hier wie hier den meiner laufen haben der hat natürlich auch schon wieder reichlich rausgeschmissen das kommt erst mal wieder alles weg hier das auch ja wir brauchen das hier wir brauchen hier von ein paar und wir brauchen noch mal so ein bisschen sand das war ja das was uns in der letzten folge aufgefallen ist dass der sand fast alle war gut so weit so gut jetzt wieder dahin so 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 scheint hier richtig tief zu sein so 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 okay hier muss man natürlich auch noch so ein bisschen bisschen anpassen da hätte ich mir das eigentlich schon fast sparen können hier muss ich damit das halbwegs vernünftig aussieht normalen Pfosten dahinter setzen ich 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 Wieso hat er sich jetzt den geholt? Ich habe doch da drauf geklickt. Oh Gott. So, dann wollen wir mal hier noch ein bisschen. Okay. 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 Okay, also wir brauchen noch mal reichlich. Okay. 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 Gut. Also Sand holen und dann geht es weiter. Und für die andere Seite, denke ich mal, brauchen wir dann auch noch mal ein bisschen Erde. Und in der Zwischenzeit können wir dann auch noch mal die Bohr leer machen. Nicht, dass da uns gleich wieder alles überläuft. Okay. 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 so wir brauchen sand erde gut es wird schon wieder dunkel gut 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 so was ja toll gerade in dem moment wo ich setze völlig runter war ja klar so das sieht doch schon mal ganz anders aus noch einmal runter dann setzen wir noch mal eine bahn davor dass man es auch sieht und hier machen wir das gleiche spielchen wieso falle ich da runter bin ich doof oder was und wieder so jetzt setzen wir erst mal so 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 dann sieht das doch schon mal so aus als ob okay die ecke haben wir jetzt machen wir hier noch mal so ein bisschen damit das wenigstens aussieht als ob das hier sanft reingeht sehr gut so und jetzt müssen wir nur noch ich habe es geahnt ich habe es echt geahnt ich habe es geahnt ich habe es geahnt heute so dass so Na, wir sind bald drüben. Wir sind bald drüben. Wir sind bald drüben. Wir sind bald drüben. Eine Bahn noch. Und dann können wir hier die Kante fertig machen. So, dann machen wir erstmal den Zipfel, der hier noch ist, fertig. Okay, da können wir dann im Grunde da nochmal ein bisschen angleichen, dass es an der Seite dann noch runter geht oder so. Mal gucken. Aber auf jeden Fall haben wir die Brücke schon mal rüber gebaut. Haben die Straße schon mal drauf gesetzt. Gut, Kies brauchen wir hier nicht. Jetzt nehmen wir mal ein bisschen Erde. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Wo ist er? Da ist ein Kobold, aber ich sehe ihn nicht. Oh, ich sehe ihn nicht. Oh, ich sehe ihn nicht. Gut. Ich habe es sehr gut, aber ich habe es sehr gut. Das war's für heute. Okay, das heißt, ja, war ja klar, dass ich den wieder da hinsetze, wo er nicht hin soll. Ups. Gut. 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 Vielen Dank. Okay 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 Steine haben wir noch Das war es dann aber auch Wir brauchen ein bisschen Erde Wir brauchen Oh Ich nehme Ich nehme Ich nehme ich nehme Das war's für heute. so das heißt hier müssen wir auf jeden fall zu machen damit wir eben diese kante außen haben dann gucken wir mal ja da sieht man dann schon den vulkan gehen wir genau gerade darauf zu so . Ja, ich würde sagen, wir sind am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da und einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.